Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair cut-a-cute Nee, fliegen alle da daneben? Oh, den hole ich mir. Ja, Alex. Ah, no! Ah, ne! Bist du behindert? Aber das ist mit dir falsch. Was ist ein scheiß Anti-Mate, Alter? Willst du mich rollen? Ja, jetzt geht der rein für die, oder was? Nee, hast du also Glück gehabt. Mann, jetzt bin ich manipuliert. Wer mürbelt mich denn? Äh, wirbelt mein... Ey, Mann. Mach ich! Was? Willst du mich verarschen? Der wär reingegangen, du Missgeburt. Bleidigst du jetzt hier? Junge, du hast den, oder Arne hat den aufgehalten. Auch nütz war das. Mach ich! Perfekt, ey. Da wär ich fast nicht mehr reingegangen. Ja, aber ist reingegangen. Ich spiel nie wieder mit Arne zusammen, Alter. Mit der? Nee, aber ja, aber... Nein! Ich bin da! Oh! 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 Ich bin der nur Gäste hier. Oh, hast du den, was? Was hat denn... Wie viel Safe ich das sogar gekriegt? Zehn oder was? Hab kein Einzige mitkommen. du hast zwei mal mit deinem Arsch richtig lucky episode ne Ball rein. Du bist die größte Missgeburt, die ich kenne, Alter! Du bist so ein Scheiß-Fix-Anti-Mate, ne? Ich komm rüber und stech dich ab, Alter. Was war das? Was mach ich hier? Ich häng am Pfosten. Ich wusste nicht, wo der Ball war. Junge. Geh, fahr doch mal. Hör doch mal. Ey, was für ein Anti-Mate kann man sein? Alter, das war richtig assi. Mann, ich legge. Ich hab einen normalen Pinken. Warum legge ich denn so? Was macht der da im Tor? Was ist der B-Nach? Das ist der B-Nach, der Stopp. Backen, Alter, ey. Was ist der Vorlage von Rittenzock? Hallo, hört mich jemand? Hallo? Nein, halt dein Maul, Arne. Ey, ich hab irgendeine Ausrufezeichen auf meinem Desktop. Ich kann da nicht draufklicken. Schließen sie die Programme? Was? Ah, du musst fahren. Oh, Arne. Alter, Battlefield 1 nimmt gerade mein 16 GB Arbeitsspeicher in den Kopf. Ja, wieso schließt du das auch nicht? Ich kann es nicht schließen gerade. Was ist das? Programm schließen? Oh, mein Rocketick bugged. Ich kann nicht auf meinen Taskmanager zugreifen, ey. Die gute Ikea-Fotischart. Nein, was ist das denn? Ich kann auf meinem rechten Desktop, habe ich keinen Mauszeiger mehr. Arne. Dein Maul ist Spaß. Ich fahre. Danke, Arne. Das macht er immer. Richtig intelligent, Arne. Wie, wie, der habe ich nicht gehalten? Was ist das denn? Ich habe den voll gehalten, ey. So ein Spaß. War mir schäbige Lacher, alter. Fährt mich einfach komplett überlaufen, ey. Das hat er bei mir auch schon mal gemacht, der Wichser. Ey, der rappt mich schon wieder, ne? Freundchen, ey. Doch, schon wieder, Mann. Ruhiger. Ey, die haben mir den scheiß Türken-Buss. Ey, der rappt mich schon wieder. Doch, das ist der Türken-Buss. Ey, den facken kann ich den Jungen. Da ist er. Amy, Alter, dich mache ich kaputt. Der hat mir durchs Bild stößt, alter. Dieser blöde Wichser, Mann. Der geht nur auf mich. Ey, Anim, nee, Anim heißt der. Ey, der wollte mich auch gerade rammen, der Wichser. Der hat mich auch gerade rammen, der Wichser. Richtig, der Flach-Wichser. Alter. Wande. Ey. Alter. Ihr könnt. Ich sehe, wie oft ich gerammt wurde in dem scheiß Game, Mann. Ey, Arnie. Der wollte mich gerade schon wieder rammen. Der war der Ball nicht mal in der Nähe und er ist voll auf die Zufel, du Wichser. Ja, ich bin kacke. Ich habe meinen Arsch nicht hochgemacht. Ey, der Armin hat mich einfach erstört, so richtig asozial. Ja, das ist doch ein Wichser. Ey, der kommt, Nils. Achtung. Der kommt. Oh, ist vorbeigefahren. Nein. Ey, sind das Assis. Ey. Ey. Der hat mich schon wieder kaputt gemacht. Ey, wie viele Chancen wir schon hatten. Der geht. Der geht nicht. Der geht. Ah, ne. Du Schmerzkind, Alter. Nein. Nein. Ey, das ist so ein Witz, Alter. Was bist du für ein Antimate? Junge, was soll ich das machen? Ich war's gut. Junge. Oh. Das ist meiner. Junge, du bist die größte Missgeburt, die ich kenne, ne? Alter, wieso bin ich überhaupt mit dir befreundet? Dummer Spaß darauf, Alter. Alter, so weit, Antimate. Ne, den kriegst du nicht. Er spielt ja nicht zusammen. Ja, tun wir. Eventuell. Aber ich spiele gegen mich. Du, Alter, f*** dich. Mann, der wäre reingegangen. Der wäre gar nicht reingegangen. Natürlich wäre der reingegangen. Halt die Fresse. Let's go. Mal, der wäre schade. Mal, der wäre schade. Nein. Mal, das war natürlich schon. Untertitelung des ZDF, 2020